Hi Leute und herzlich Willkommen bei Call of Duty Infinite Warfire. Das Spiel ist schon seit 2 Jahren draußen und ich habe ja schon bei Black Ops 4 natürlich alle Tarnungen freigeschaltet, aber natürlich nicht bei Infinite Warfire. Wenn ich es da kann, kann ich es da auch und deswegen will ich mal eine Runde spielen. Ich habe noch nie Multiplayer da aufgenommen glaube ich, nur so Tutorial, Pre-Sixi, Nosco und ja, es ist sogar noch was los in dem Spiel, man glaubt es kaum. Ich hasse es, ich hasse Handys. Lustig, ich finde es echt lustig, es sind auch viele neue dabei, die gerade das Spiel gekauft haben oder das Free Weekend, ich habe keine Ahnung, wir haben heute Montag. Ich werde mal das Spiel da leise drehen, damit das Mikrofon kein Echo erzeugt und ich muss sagen, ich bin natürlich bei der Aufnahme ist es halt ein bisschen anders. Aber ich tue mir da bei diesem Spiel irgendwie leichter. Ich muss jetzt normale Kins machen. Ich muss kurz mal ein Eis drehen. Und ja, das ist die falsche Waffe. Warte, fuck. Ja, ich muss kurz mal sterben. Gut, da hinten ist einer. Ich spiele normales Team-Deaf-Match, Hardcore ist nicht mehr viel los. Besser gesagt, fast gar nicht mehr. Weil es wäre um die Ecke. Endlich danke, dass ich gestorben bin. So, mit dieser Waffe muss ich jetzt spielen. Der Feind hat ein Drohnenpaket. Bastard! Schwere dir! Ah ja, stimmt. Und da gibt es ja diese super coole Fähigkeit. Der Feind hat eine Kontenzone gestartet. Kommt jetzt. Er schreckt mich doch nicht mal. Ja, von wegen besser. Von wegen besser, ja, die DPI. Oh mein Gott. Hilft mir. Nein, nein, nein. Ich muss mich kurz mal einwärmen. Nummer eins. Ich weiß, dass er hinten ist könnte. Boah, schreckt mich nicht. Da ist jetzt einer. Genau. Noch nicht. Was kommt da? Ah, diese dämliche Drohne ist da. Der kommt jetzt gleich durch. Der soll durchkommen. Da vorne geht noch die Drohne spazieren. Ja, okay. Den habe ich jetzt. So. Jetzt habe ich mich ein bisschen aufgewärmt. Das Ziel ist jetzt einfach normale Abschüsserwaffe mit dieser Waffe. Und ja, ja. Jetzt warte ich nur. Ist ja ein langer Weg. Guck mal. Da fliezen schon die Kugel durch. Ich drücke noch einmal die Taste. Er ist schon tot. Da ist jetzt einer beim Fenster. Ich weiß jetzt nicht, ob er kapiert, dass ich jetzt da reinspringe. Ja. Das ist gleich die ganze Benko-Bande. Lade mal. Boah. Die Waffe braucht so lange beim Laufen. Alter. 1 AKD. Das geht gar nicht. 1-12 muss her. Die Streit leckt mich durch. Da ist sie. Jetzt kommt der Friend auch noch daher. Ich bin kein MP-Fan. Ich hasse MPs. Die drücken nicht. Den habe ich jetzt. Ich war jetzt aber nicht allein. Ah. MP. Hinter mir. Ich habe es gesehen. Haben. Sehr schön. Wieder die verdammte MP. Da kommt die Sting jetzt runter. Einer ist da. Der andere ist da. Der andere ist da. Der lebt noch. Habe ich den getroffen? Nein. Du siehst. Okay. 6-6 steht es. Uh. Jetzt sind aber schon stärkere Spieler da. Gestern hatte ich wirklich nur solche Bobs. Das sieht jetzt schon fast heraus. Komm schon. 1-2 muss her. Ich weiß, dass er da drinnen ist. Riskiert er? Die streut. Leck mich. Ja. Snip. Alter, wie die Waffe streut. Das ist nicht normal. Ich habe jetzt eine Drohne. Ne? Erstens das. Zweitens. Das. Und dann das hier. Ja. Genau. Vor deiner Nase. Ah fuck. Ich muss landen. Das war jetzt eine blöde Entscheidung von mir. Weißliche Rolscher im Kampfgebiet. Was habe ich da? Die scheiß Drohne über mir. Ah, ich hasse das. Ja. Die sind genau. Ja, ich sehe klar aus. Schade. Aber da sind genau die Sachen dabei, die was mich ein bisschen stören. Die was wiederum da nicht gibt es in dem Spiel. Die sind jetzt alle da hinten. Es schaust. Da geht es nämlich bis 100 sogar. Und die Abschlusschemie sind natürlicherweise. Sehr schön. Jedes Magazin erhält meine Munition. Erreicht die 5 Stunden zu so auf. Sehr schön. Mepp ist eigentlich egal. Da war ich eigentlich nicht so wählerisch. Klasseneditor. E-Fans. Dann haben wir jetzt die da noch. Und das gebe ich jetzt einmal weg. Ja, ich habe. Ich hätte mehr Munition. Ich muss was opfern. Dynamik. Mal weg. Dann nehmen wir das Magazin. Ja, passt. Gut. Es geht los. Ich kratze die Nase. Immer wenn ich auch nicht kratze, man die Nase. Wir spielen. Ich spiele. Warum ich eigentlich. Wir sprechen immer mit wir. Ich spiele jetzt diese Waffe mit mehr Magazin. Und hoffe. Ja, ich habe 48 in der Kammer. Krass die Nase so. Die Bi habe ich ein bisschen zu hoch aufgetreten. Das sollte ich nachher ein bisschen runter drehen. Erlegen Sie zwei Feinheiten ohne zu sterben. Oh, ich warte jetzt. Ja, sehr schön. In dem Spiel kannst du dich nicht heilen. Man heilt sich selber. Es dauert halt immer ein bisschen länger. Normalerweise steht da immer einer. Ein bisschen weiter hinten. Ja, ich sehe ihn schon. Scheiße. Ah, ist drin, ja, ist drin. Einmal. Ja, sehr schön. Der Sniper noch da hinten, ne. Na klar. Ah, der sitzt da in den Ecken und... Ja. ja das fangt schon gut an sonst auch irgendwelche sonderwünsche dass ich da irgendwo dahinten ist der fahrt ok ja stimmt ich kenne die sniper noch es darf hinten und das ist noch einer wo war der jetzt egal alter 5 6 das geht gar nicht sehr schön da hinten ist einer gleich kommt das ist da dazwischen er ist da drinnen da sind ja wunderbar wenn man dann denen von hinten einen kleinen besuch abstatten meine güte nach die drohne die gut alte drohne 69 kt von 06 ich sollte mich echt schämen die waffe sehr schön Da drinnen, da geht jetzt einer von außen, sehr schön, Drohne, da oben ist einer. Dann eine Kiste, da ist aber nichts zu trennen, die geht nur in der Luft. Ich glaube der Typ hat Geist, Gold, sehr schön, Volltreffer. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ich glaube der andere hat Geist, bin mir nicht sicher. Lol, mit den letzten Dings. Ich brauche, ich hole nichts. Nein! Nein, ich wollte mal die Waffe auf ihm. Schwör dir! Da, da drinnen. Ladungsabschaltung. Der hat seinen Ulti verwendet und ich habe ihn dann gekillt. Ach ja, so ist das Leben. Da vorne springt jetzt einer. Da drinnen dürfte auch keiner sein. Ja, der hat schon seine Ulti verwendet. Wo war der jetzt? Meine Güte, das dumme Geschütz. Das ist jetzt auch schon modern, dass man das einsetzt. Ich glaube, die Runde werden wir da nicht gerade so super gewinnen. Aber egal. Ich habe das Spiel schon super gemiesen. Den habe ich jetzt auch. Der nächste ist da vorne. Ich bin gleich rein. Land auf! Er ist jetzt auch tot. Dann da drüben. Kommt einer beim Tunnel, glaube ich, raus. Da auch nicht. Da ist er. Ja, siehst. Ja, genau. Erzählst du einem anderen Mann. Ach so, der hat das Maschinengewehrmodus eingeschaltet. Genau. Da ist einer drinnen im Tunnel. Ich gehe das mit dem Radar-Dingchen schon so auswendig. Der dürfte gleich dann auch da. Dann bin ich jetzt da. Da hinten. Das habe ich jetzt. Drüben war auch noch einer. Das habe ich jetzt. Ich komme mit der Kiste. Ich werde schnell stellen hinter mir sein. Jetzt warte ich, bis ich mich ein bisschen geheilt habe. Scheiße, hinten war auch einer Den habe ich nicht gesehen Dann holen wir uns mal eine Drohne Dann verstecke ich mich jetzt da hinten Ja, einer hat ihm eine Sprengkiste genommen Das hätten wir jetzt auch geklärt Da hinten war glaube ich noch einer Okay, ich war nur Drohner-Assist Schade Hinten ist einer, zwei, drei Jetzt lade ich mal auf Scheiße, jetzt sind sie überall Dieses dumme Geschütz Ich hasse es, ich hasse es wirklich Da hinten war noch einer Das sind zwei Scheiße Ich weiß ganz genau, dass sie springen Das ist bei mir schon automatisch Sobald ich einen abschießen möchte Amy schaut automatisch mit ihm rauf So wie jetzt Das ist schon Ja Okay, hinten ist einer Da sollten wir jetzt gerne entgegenkommen Das ist ein bisschen Leben Alter, er hat so Glück Fuck Über mir jetzt Ich bin jetzt ein Assist noch Na, danke Der Feind hat Atex-Unterstützung Ja Schade Ich habe gut gespielt Eine 1,6er-Karte Das habe ich nicht einmal Im Black Ops 4 Das ist kein Blödsinn Was ich sage Ja, schon Aber eher selten Was habe ich für freigeschaltet Wunderbar, sehr schön Ihr neues Missionspaket ist eingetragen Ich werde mal rausgehen Missionsklassen-Editor Klasse, bla, bla, bla Ist eigentlich egal Ich nehme jetzt einfach mal Die Waffe Wie gesagt Ich nehme jetzt einfach mal Irgendeine Waffe Sturmgewehr habe ich alle fertig Auf Gold Leichter MGs Scharfschützung Was ich machen muss Sind Maschinenpistole Schrot Und die ganzen Klassisch Wobei das habe ich auch schon Auf Gold gemacht Also ich habe zuerst Scharfschützung gespielt Dann das Dann das Und ja Es ist auch viel zu tun Dann kommt noch eine Pistole Und es ist ein langer, langer Weg Aber im Moment Dann bin ich schon fertig Mit Black Ops 4 Deswegen dachte ich mir Ich spiele mal wieder Infinite Warfare Und das ist einer meiner Lieblings Call of Duty Spiele Und wie gesagt Ich spiele das jetzt Seit gestern Vor zwei Jahren Habe ich mal gespielt Und ich spiele gar nicht mal so schlecht Nein Gibt es das Spiel Was ich genau Das coole dran ist Ganz kurz nur Leistung Man sieht hier die letzten Fünf Spiele Punkte pro Minute Das will ich nicht AT-Verhältnis Genau Ja da war Da war ich echt schlecht Ja Aber man sieht die Eins, zwei 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 Fast neun Eins, fünf Eins, sechs Man kann es nicht drücken Von die letzten Dinge Aber man kann es sich ja vorstellen Ja Wie Das ist eher Keine Ahnung was da los war Ah ich weiß schon Das verrate ich jetzt nicht Warum ich den Schnitt habe Ja Wie gesagt Ich sage danke Bis zu sehen Vielleicht mache ich noch Eine zweite Folge Call of Duty Infinite Warfare Multiplayer Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bis dann Bis dann Bis dann